Quentin Tarantino lobt den neuen Joker-Film in höchsten Tönen. Trotz Kritik aus den Reihen der Fans ist der Kultregisseur begeistert. Joker, folie adieu, sorgte nach seinem Start für Kontroversen. Viele waren enttäuscht von der Musical-Interpretation des Comic-Klassikers. Doch mindestens einen prominenten Fan hat der Film, Quentin Tarantino. Im The Brad Easton Ellis Podcast schwärmt er. Er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wirklich. Und zwar sehr. Unglaublich. Für seinen Kollegen Todd Phillips findet Tarantino warme Worte. Er hatte erwartet, dass der Film technisch beeindruckend, aber emotional distanziert sei. Ich bin wirklich in der Geschichte versunken, gesteht der Pulp-Fiction-Regisseur. Besonders hebt er die Leistung von Joaquin Phoenix hervor. Er betont, der Schauspieler habe eine der besten Darbietungen abgeliefert, die er je gesehen habe. Auch beim Fachpublikum kommt der Streifen gut an. Bei den Filmfestspielen von Venedig erhält er elfminütige Standing Ovations. An den Kinokassen spiegelt sich dieser Erfolg jedoch nicht wider. Am Eröffnungswochenende spielt der Film nur 33,5 Millionen Euro ein. Erwartet wurden allerdings 55 Millionen Euro. Die gemischten Reaktionen zeigen, dass Joker Folie adieu polarisiert. Doch für Quentin Tarantino ist klar, der Film ist ein Meisterwerk. Ob sich die Meinungen der Fans noch ändern werden, bleibt abzuwarten.